Haben wir Sportlehrer heute Abend hier? Zeig doch mal auf den Sportlehrer. Haben wir einen da heute Abend? Ich kann heute Abend nicht durch... Sagt bloß der Mann neben dem Lars. Das glaube ich dir. So, das ist... Stehen wir auf, stehen wir auf, machen wir auf. Das ist ein schöner... Das ist ein Sportlehrer. Krasser Typ. Ja, ja, kann sich wieder hinsetzen. Was für ein schönes Exemplar, oder? Leute, das ist richtig. Darf ich fragen, wie du heißt? Du bist der? Olli. Olli, grüß dich. Hast du einen Pferdeschwanz? Also als Frisur? Entschuldigung, das kannst du nicht bringen.